Nach dem Rauswurf bei Joe sucht Vicky eine eigene Wohnung. Als sie Oskar erzählt, dass sie kurzfristig einen Besichtigungstermin vereinbart hat, fällt ihm auf, wie aufgeregt und nervös sie wirkt. Oskar beschließt daher, Vicky zu begleiten. Nachdem Vicky bei Joe rausgeworfen wurde, sucht sie eine eigene Wohnung. Oskar bemerkt ihre Aufregung und Nervosität. Nachdem Vicky von ihrem Freund Joe vor die Tür gesetzt wurde, kann sie erst einmal bei Oskar unterkommen. Oskar ist aber zuversichtlich, dass sie schnell eine eigene Wohnung finden wird. Tatsächlich berichtet ihm Vicky auch schon bald, dass sie kurzfristig einen Besichtigungstermin für eine neue Bleibe vereinbaren konnte. Sie wirkt richtig hoffnungsvoll. Allerdings fällt Oskar auch auf, dass Vicky ziemlich aufgeregt und nervös ist. Er beschließt daher, sie zu unterstützen und mit ihr gemeinsam zu der Wohnungsbesichtigung zu gehen. Nach dem Rauswurf bei Joe sucht Vicky eine eigene Wohnung. Als sie Oskar erzählt, dass sie kurzfristig einen Besichtigungstermin vereinbart hat, fällt ihm auf, wie aufgeregt und nervös sie wirkt. Oskar beschließt daher, Vicky zu begleiten. Vicky zu begleiten. Vicky zu begleiten.